Hier und hier haben wir Plangier, weil das Geschäftsmodell hinter kostenlosen Diensten wie Facebook oder Google für ihren Nutzer gefährdet sein. In den Hallen die Präsentationen, wo man wieder Roboter in den Menschenhandler, die zur Hand gehen, dazu die Sikore zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.